Für mich war das ganz prägend, dass ein Land überfallen wird, bombardiert wird. Dass übrigens drei Millionen Vietnamesen gestorben sind, worüber wir überhaupt nicht mehr sprechen. Das ist der größte Massenmord nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe jeden Tag meine Eltern gefragt, ob der Krieg schon zu Ende ist. Hi, ich bin Louis von der DDR-Box und heute zu Gast in der Box ist Knut Elstermann. Er wird uns von seinen Erfahrungen in der DDR berichten. Hi, Knut. Hallo. Und innerhalb dieses Freundeskreises, wie war da die Stimmung gegenüber der DDR? Ich denke, man hat sie nicht so wirklich ernst genommen. Also ist auch schwer zu erklären. Ich hatte immer das Gefühl, übrigens bis zum Ende der DDR, und das war sicherlich ein trügerisches Gefühl, dass es in einem Land so eine Art Grundkonsens gibt. Also es gibt Menschen, die sind natürlich dagegen, die wollen auch raus aus der DDR, oder die kämpfen dagegen, bevor ich übrigens immer Respekt hatte, wirklich jetzt. Aber es waren nicht meine Leute. Also ich dachte schon, dass der Sozialismus verbessert werden muss und dass er menschlicher, offener werden muss. Und ich dachte eigentlich immer, dass das den Leuten auch so geht. Und war 1989, gebe ich auch zu, teilweise sehr überrascht und auch beschämt, wie verbittert die Menschen wirklich waren und wie wenig sie dieses Land noch wollten und wie wenig sie einen verbesserten Sozialismus wollten, wollte eigentlich dann quasi niemand mehr. Also da war eine Ambivalenz. Wie hast du denn den Westen wahrgenommen? Das ist eine große Frage. Wie habe ich den Westen wahrgenommen? Jetzt darf man nicht vergessen, es war natürlich, als es dann möglich war, also ich war vor der Wende nie im Westen. Meine einzelnen Dienstreisen führten nach Polen, wie gesagt, auf ein faszinierendes Land. Aber im Westen war ich wirklich nie. Ich bin erst, als die Mauer fiel, überhaupt nach West-Bilin gegangen. Wie gesagt, das Land zerbrach. Ich war schon im Beruf. Wie geht es weiter? Ich hatte schon ein Kind. Wie wird unsere Familie in dieser Welt klarkommen? Das ging ja vielen Menschen so. Sodass der Westen dann gar nicht so wichtig war. Ich konnte reisen. Das war toll. Das habe ich intensiv gemacht. Auch mit Kind? Mit Kind. Zwei Kinder sogar. Ich war immer freier, Jonas. Nicht mit einer Festanstellung. Hätte mir ein Geld gespart, hätte ich vielleicht jetzt ein Einfamilienhaus. Aber wir sind stattdessen wirklich bis in die USA. Und überall rumgereist. Das habe ich schon sehr, sehr genossen. Dieses Gefühl von Freiheit. Und dann, der Westen kam ja zu uns. Also das ist ja nochmal eine andere Erfahrung. Das Reisen ist das eine. Und es war, wie gesagt, wunderbar. Und da bin ich unendlich froh drüber. Guck mal, ich bin jetzt 62. Ich durfte jetzt in drei Jahren eher so hauptlos. Wollen wir es mir mal vorstellen. Aber der Westen kam hierher. Und das wäre jetzt eine andere Geschichte. Diese Übernahme der DDR durch den Westen. Das ist was ganz anderes. Hast du denn in deiner Jugend eine politische Prägung erfahren? Eine sehr starke politische Prägung. Zum einen durch die Tradition in einer letztlich Arbeiterfamilie. Ur-Berliner Familie. Meine Großmutter kommt aus einer Arbeiterfamilie. War selber eine sehr stolze Arbeiterin. Meine Großmutter, die ich sehr verehrt habe, sehr geliebt habe, war eine ganz starke Frau. Er hat nie eine Schule längere Zeit besucht, war klug, lebensklug und hatte das Herz auf dem linken Fleck. Also das ist einfach so. Die war eine tiefe, ehrliche, linke Überzeugung und hatte tatsächlich keine Hemmungen. Man konnte mit Freunden zu ihr hinkommen. Sie war immer gastlich und so. Das waren übrigens ihre polnischen Wurzeln, die sie auch hatte. Und sie war immer für jeden da, immer herzlich. Aber das war eine ganz wichtige Prägung, also auch eine antifaschistische Prägung übrigens. Meine Großmutter gehörte nicht zu den Menschen, weil keine Widerstandskämpfe war, wo mein Großvater in der KPD war. Aber meine Großmutter gehörte nie zu den Menschen, die gesagt haben, ich wusste das nicht, was da passiert ist. Sondern sie hat immer erzählt von der Verfolgung der Juden. Sie hat immer erzählt, dass sie nicht wusste, wo die Leute umgebracht wurden. Aber dass sie umgebracht wurden, da hatte sie nie einen Zweifel dran, weil die kamen ja einfach mal nicht wieder. Oder schrieben nicht mehr. Also sie war auch eine sehr aufrichtige Frau. Das ist eine ganz wichtige Prägung für mein Leben. Und das andere sind eben auch Einflüsse als Kind. Meine Eltern, immer als die Generation der Dankbaren, dazu kamen, als Kind fand der Vietnamkrieg statt. Und im Westen zum Beispiel ist es heute ganz selbstverständlich, dass Leute damit sogar ein bisschen kokettieren und sagen, ich war ja früher so links und Vietnam und das und das. Für mich war das ganz prägend, dass ein Land überfallen wird, bombardiert wird. Und dass übrigens drei Millionen Vietnamesen gestorben sind, worüber wir überhaupt nicht mehr sprechen. Das ist der größte Massenmord nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe jeden Tag meine Eltern gefragt, ob der Krieg schon zu Ende ist. Und kann mich auch erinnern, dass Weihnachten, war ich vielleicht acht, neun Jahre alt, waren ja auch diese schrecklichen Bombardements der Amerikaner auf Vietnam. Das ist heute, finde ich, völlig verdrängt worden. Das hat mein Bild enorm geprägt. Dass sowas möglich ist, dass ein Land in Grund und Boden in die Steinzeit zurückgebombt werden soll. Das waren übrigens auch die Formulierungen damals. Oder auch ein Punkt, der ganz wichtig ist, wir reden immer vom 11. September, 9-11. Für mich ist der 11. September immer der 11. September 1973. Weil vorher gab es die Weltfischspiele in der DDR, also in Berlin, das war wunderbar. Die Leute haben offen diskutiert auf den Straßen. Junge Leute aus der ganzen Welt waren da, auch aus Chile sehr viele. Und die fanden wir natürlich ganz toll, ganz romantisch, auch mit ihren tollen Ponchos da und Sangen da. Und das war ja der wirkliche Versuch, vielleicht einen Sozialismus zu bauen, der menschlich offen und demokratisch vor allem ist, mit Allende. Und am 11. September war das vorbei. 30.000 Menschen sind ermordet worden, verschwunden, unter Hilfe der CIA. Das war wirklich auch eine CIA-Aktion. Und dass so ein Traum zerplatzt, das war so ein einschneidendes Erlebnis. Und das war auch argumentativ übrigens, dann immer der Punkt, dass man der DDR gesagt hat, man hat das dann auch sehr perfide ausgenutzt. Ja, da seht ihr mal, er wollte einen friedlichen, demokratischen Sozialismus, es geht nicht. Das wird sofort im Blut ertränkt. Was übrigens ja auch der Fall war. Aber damit sozusagen diesen Sozialismus, diesen dogmatischen, stalinistischen der DDR zu rechtfertigen, war natürlich perfide, aber es hat auch funktioniert, glaube ich, bei vielen Menschen. Wie hast du das Wendejahr bei den DDR-Würgern miterlebt? Ja, auch da, finde ich, muss man genau hinschauen. Auch da gibt es eine Ambivalenz. Weil auf der einen Seite eben eine große Befreiung. Und ich bin absolut davon überzeugt, für meinen Beruf, auch für mein persönliches Leben, ist es ein Geschenk gewesen. Auch ein unverdientes Geschenk. Aber es war eben plötzlich alles möglich. Es war überhaupt erst möglich, als Journalist zu arbeiten. Und ab da bin ich Journalist gewesen. Das andere davor ist eine Art Parteifunktionär, muss man so sehen. Ich darf, glaube ich, nicht ausblenden, dass es aber auch ein großes Scheitern war. Also man darf nicht vergessen, wenn man sich diesem Projekt Sozialismus verbunden gefühlt hat, trotzdem habe ich es als sehr bitter empfunden zu merken, wie sehr die Menschen das nicht mehr wollten. Und dass es ein ganz großes politisches Scheitern war für Menschen wie ich, glaube, das haben wir uns zum Teil bis heute nicht ganz eingestanden. Ich wusste überhaupt nicht, wie geht es weiter. Natürlich werden die Medien sich verändern, werde ich weiterarbeiten können. Wie wird das sein? Wie wird dieses neue Land sein? Ich war nie im Westen. Plötzlich sind wir alle im Westen. Alles ist neu, alles ist anders. Also es kam auch so ein Überlebenskampf dazu, der vielleicht dazu geführt hat, dass wir nicht gründlich genug reflektiert haben, was jetzt eigentlich passiert. Und ich finde es immer interessant, wenn ich mir so meine Freunde angucke aus der Schule, zum Beispiel ist keiner irgendwie politisch aktiv. Also klar, der eine wählt das, der andere wählt das. Alle haben ganz tolle Berufe und sind Sozialarbeiter oder Ärzte und haben wirklich sehr verantwortliche Wege beschritten. Aber kein einziger ist jetzt, glaube ich, in irgendeiner Partei und da sehr aktiv. Und ich glaube, es hat damit was zu tun. Also mit dieser großen Erkenntnis vielleicht auch des Scheiterns. Was komisch ist, weil es andererseits ja auch ein Aufbruch ist und was Wunderbares. Aber es geht irgendwie zusammen, glaube ich. Du hattest ja die gleiche Erkenntnis. Bist du denn heute politisch aktiv? Also ich bin nicht politisch aktiv in irgendeiner Partei. Habe natürlich meine Grundüberzeugung. Bin, glaube ich, sehr offen. Ich bin absolut nicht rechts oder rechtsradikal und das lehne ich auch ab. Und es wundert mich auch, dass teilweise Menschen, die ich lange kenne, so eine Wege gegangen sind. Damit will ich absolut nichts zu tun haben. Aber ich engagiere mich sozusagen mehr humanitär. Also ich habe schon versucht, Flüchtlingen zu helfen, jetzt der Ukraine zu helfen. Klar, sehr radikal. Also da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Es gibt einfach nur Solidarität mit den Überfallenen. Und da versuche ich, einem Kinderkrankenhaus zu helfen. Also ich glaube, es geht über vielen so, dass man sich eher von den großen politischen Entwürfen entfernt hat. Weil man auch gesehen hat, wie sie gescheitert sind und daran auch beteiligt war. Und sich eher so in diesen Bereichen versucht, so gut wie es geht, zu engagieren. Was war die prägendste Erfahrung, die du in der DDR gemacht hast? Ich denke, es war die Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Also Besuche in Konzentrationslagern, Filme, Bücher, die damit zu tun haben. Und dieses große Entsetzen über diesen Bruch in der Zivilisation, war auch in der DDR schon in Auschwitz. Bin dort auch freiwillig hingefahren, alleine, also nicht mit einer Schulklasse oder so, um mir das anzusehen. Also diese Auseinandersetzung mit dem Faschismus, auch Begegnungen mit Menschen, die es durchlitten haben, haben mich tief geprägt und haben übrigens auch dazu geführt, dass es diese Identifikation mit der DDR gab. Vielen Dank, Knut. Danke dir.